Oh dum 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 ich hab's dir gesagt Vorsich Jun Pih ha Das ist was meine Junge dann kann ich nicht Jun Pih ich sag noch vorsichtig Das weiß ich doch nicht langsamer Tod ich sag so vorsichtig, da ist keiner aus und weg bist du suchst du auch den ausgang? ja ich auch hier ist schon mal ein teil vom ausgang adios ich hau jetzt ab na gut, geh doch, ich bruchte eure higiene komm doch mit warum? ich will zusammen Spaß haben aber dann kann ich keine Wilderskelette töten egal umso länger geht das projekt, umso besser ist dass du mehr geld bekommst du ja eben alles für die klicks ich hab ne neue festgefunden weiß aber nicht ob es Teil dieser festung ist ich glaube schon ich glaube ja ich glaube ja werden wir ja gleich sehen wenn du wieder bei mir angekommen bist ja aber hier ist ein Wilderskelett einer ja ich dachte gerade er hat mir den Kopf getroppt aber ne ok die Truhen sind leer ich glaube das ist diese ich habe meinen weg wieder gefunden ja es war dieselbe heute nicht danke bitte ne du in der letzten Folge konnte ich aber auch so viele memes einbauen also für euch nicht die letzte Folge aber die letzte Folge die ich geschnitten habe welche war es nur ich glaube Folge 9 aber tatsächlich wäre es eigentlich Folge 8 gewesen wenn ich habe eine Folge übersprungen das war Folge 6 weil du nicht zählen kannst ja ich bin 60 doch macht nicht aufgepasst das kommt dabei raus das wird gesagt gut in der Schule ich komme nicht voran jaja warte tp will ich schnell aber nicht das richtige das schwert kann ich gut gebrauchen ja mal so als das nie auf einmal wieder gott hier sind drei auf einmal wird es doch wieder das gelöte ja ich sag doch gar nichts inhalt auch eins davon auch mal was wirklich was geoffen würde trümmer mich um den gas gas halt ich hab so richtig mein profi ich hab so lange im Weingriff nicht mehr gespielt ja haben die was getroppt ja aber nicht das richtige du bist mein lebendiger Schutzschutz mein lebendiger also gut abgefangen ich hab nur noch ein Bein ah wieder das geläht scheiß auf gas braucht keiner bin zwar gleich tot aber egal das war eine Ruhe kein gas also so heißen die blazes ja und hat's doch getroppt schade 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 ich reite ich reite jetzt unten so ein komisches was doch ein piklin oder hocklin oder keine ahnung ich weiß doch nicht wie das heißt was mit weiter oder so ja fang jetzt sowas ein wenn ich aufhören würde zu sterben also als bedingung also als bedingung das ist kritisch wo bin ich hier immer noch bei der Fassung ich hab wieder verkackt scheiße Junge wie viel mal bin ich heute schon gestorben wie viel mal bist du von mir gestorben äh ich bin schon sehr viele mal gestorben fuck jetzt abzukürzen von mir? äh ja das auch boah ich hab's geschafft einmal in meinem Leben hab ich den MLG geschafft Aua ich sterbe trotzdem gleich Cheater mal hier ein Dings Skelett Kopf nein warum nein hat er hat er hab ich schon gesagt dass Karotten wirklich sehr viel bringen als Nahrung ja ja wie kann man die Viecher lenken? äh mit so einer Angel mit einem blauen Pilz eine Angel mit einem blauen Pilz? ja wie macht man eine Angel mit einem blauen Pilz? ja du brauchst eine Angel und einen blauen Pilz mach ich eine Angel? du brauchst äh du überfordere mich nicht du brauchst du brauchst du brauchst glaube ich drei Sticks und zwei Fäden die hab ich so oder so nicht dann kannst du das Ding lenken das sonst nicht oder was? nö das hier nicht warum haben wir nicht Metallboote die so gegen Lava resistenzen weil das unrealistisch ist ich baue mich gerade mit Blöcken in über Lava rüber das ist auch unrealistisch warum? Moment Nagel hab ich nicht erst letztes die Fäden erst weggeworfen? aber bei uns zuhause sind wenigstens viele Spinnen 1 weiß nicht ob das gut ist fack ich nehme doch nein nicht expedieren Creeper Creeper achso ich dachte ich bin haha können Creeper nicht überschienen nö komm wir müssten auch 3 Zicke sein ok ähm ähm du brauchst du 2 Fäden jaaaa ja 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 hier sind was muss ich also solche blauen wo gibt's in die blauen Pilze in der roten Biom na ok 5 ist auch logisch sage mal da sind vielleicht da sind da sind ja zum Glück das ist viele ja und wie um ich hab' einen blauen Pilz gefunden hm hm ja hm 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 kann man dennoch wieder ins wirren und hören ja dass man diesen diesen sehr viel zu realistisch lass mich raten damit kann ich mich auf der lava vork wie ja wo ist die fassung ab wo ist die fassung ab wo die fassung ja ich bin nicht weit kommt doch her mein guter stroh nicht opfern weil es ja auch sinnvolles stroh über lava zu machen wie kann ich jetzt wie kann ich jetzt ansatz muss ich da ein block tief einfach rechtsglück ich glaube ich muss dafür ein block tief was liebst du kannst dich auf den hat doch schon jemand drauf ich weiß aber der andere in der falsche richtung aber aus der höhe kann ich das nicht wenn ich jetzt den geilen james brot machen es hat geklappt ist nämlich für sie kurz was essen das ist fanny das ist fanny und jetzt bist du mitkommen jetzt kriege ich eine armee weil die mir alle folgen ja das ist ja eine geile art der fortbewegung einfach auf lava ich habe die macht 8 weil du auch über die lava los und nicht der andere so da kann ich nämlich jetzt unterwegs mal was in den chat eingeben aber bitte lauf nicht in lava diese lava dinger jetzt wird mir immer noch bloß die angezeigt die festung jetzt an sind ja eigentlich zu ende partikel oder lava sind schlecht jetzt wird so was ist es dann schon eher was ist bei deinem teils pack ist blau ich habe ich habe doch ich habe weihnachten aber bei minus 80 minus 80 512 nicht das ding auch hochgepackt nehmen und über die das ist unrealistisch ja ja da kam einfach eine familie kurz aus aus der lava raus dann muss ich jetzt mitkommen PIPA! Oh! Nein! Schürze! Oh mein Gott! Alter! Oh mein Gott! Alter hat er mir einen Schrecken gegeben Alter! Das könnt ihr mit mir nicht machen! Ich bin alt! Wieso ist das passiert? Ich gehe raus auf einmal vor mir Creeper! Ich renne rein! Mach vor den Creeper! Genau vor ihm die Tür zu! Dass er nicht mehr rein kann! Alter! Wäre er einen Pixel weiter gelaufen wäre in meine Tür Reingeklitscht! Oder wie auch immer das soll sein Warum machst du Gold ab? Weiß ich nicht! Oh! Hä? Aber das musst du mit Netherite machen! Gold! Du Noob! Du Noob! Wie das klingt! Ah! Festung! Was? Festung? Festung! Die Festung! Festung! So! So du bist schon weiter! Ja hier ist ja auch eine Festung! Hast du hier gefunden? Ne eben! Das ist ja die Festung! Weiß ich nicht! Bull! Da! Hast du grad glas kaputt gemacht? Ne gelostet! Da ist die Festung! Mann! Sie ist über uns! Ich fähig mich mal zu dir! Ja wir haben nicht! Steh doch nicht im Weg! So weird! Jaaaaaah! Ja! Ja, in der Festung! Und jetzt? hier ist aber nichts ist der video ist in der letzten festung zu luki luki machen okay habt ihr hauptfassung auch schon wieder ein gast das hat noch eine ganze reaktion haben bitte einer von uns diesen place vorne abbauen und viel spaß habe es gemacht bin zwar drauf gegangen aber habe es gemacht lampiert in jetzt ein lampierter käse grillkäs aber ist jetzt brot da rennt er so durch wo geht es hier lang dort rein hier geht es nicht weiter geht es hier noch weiter also hier hier ist es auch nicht doch mit einer menge fantasie das ist ich habe einer nicht betont es wird nicht ja das schaffen wir so wir sind krass merkt ihr das sind wir eigentlich nicht aber ich habe schon wieder vergessen dass wir kosten warte 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 und jetzt angriff hier hoch ist die chance haben wir nicht mal ausgerechnet die spiele mit killen müssen wir haben gerechnet kann gar nicht sein wir rechnen konnten wir rechnen wir konnten aber nie rechnen wenn die chance wenn die chance 0,5 die folge eine stunde habe das gefühl das projekt wird so doppelt so lang wie wir die minecraft skyworld einfach nur weil wir so zwei stunden folgen aufnehmen nicht das sind fünf folgen teile wir sind aus kopf 2,5 das heißt um auf 100 prozent zu kommen 100 wir brauchen 40 wir müssen 40 vereinen zu also müssen 40 tüten ungefähr einen vielleicht naja und wir haben schon zwei ich habe mir wie kommen wir dahin also brot halt irgendwie brot halt irgendwie besser ist karotten zähl mal ja wir haben jetzt vielleicht schon 10 30 noch das thema ab jetzt mit weiß ich brauchen es hat schon mindestens 13 15 wenn ich jeder kohle getroppt hat jeweils auch so aber rein theoretisch muss das hier doch neuen blut geben ich habe nicht vergessen sind zu haben dafür haben wir das glatt aber 16 16 na will das geld sagt das soll es nur 10 aber ab 30 das war kritisch statistiken kreaturen ist das geld 7 7 wird das gelehrte habe ich schon wie hörst du wo sehe ich da aus escape statistiken kreaturen ich bin aber nicht in minecraft ich habe ein klein da ist keine statistik kritisch 17 17 17 naja weil was wir sollten anfangen zu zählen bei 10 also 30 sollten brauchten wir noch und 15 habe ich angefangen zu zählen so ich hatte ja so 15 kohle achte ich habe ein ich habe ein ich habe ein ich habe ein und wo im dorf finde ich ein ja natürlich ja wir werden das projekt eh nie wieder anfassen ja das stimmt also aber ins dorf ich mache aber noch ein backup davor verstehe ich nicht warum ich habe es geschafft ich habe ihn wieder kommen ja was soll denn ach da ist so halt schnell bleiben polizei mach nicht gerne was egal wir müssen sowieso ein okay warte mache aber eine extra folge dafür und backup und backup und er ist gesprek passt und ja damit ist unser dorf wieder komplett durchlechert halt unser dorf hier ich meine das andere dorf da machen wir es also du meintest das andere dorf ja ich muss kurz mein haus wieder in gang bringen ja ich muss erstmal neue rüstungen zu bauen ja und äh freunde die folge geht eine stunde ich hätte sowieso wieder auf deinen zwei folgen los ähm ja ich würde sagen das wäre es damit für diese folge gewesen ähm nur fertig wir sind fertig natürlich jetzt mit dem neta und äh werden jetzt den wieder besiegen äh oder das war doch das war doch die mission aber hat er ja nicht irgendwas zuerst mit runter bauen dass wir mehrere schichten haben hä ja dann freunde würde ich sagen das war es für diese folge gewesen ich baue das noch auf ähm ja wenn es euch gefallen hat lasst ein like da abonniert und aktiviert die die glocke um keine videos keine videos mehr zu verpassen ähm ja wir sehen uns in der nächsten folge hau rein bis dahin und ich muss kurz frank in ordnung bringen frank so und tschau 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 tschau